Hallo Bernhard. Hallo Bernhard. Wie geht's? Prost. Das ist schön. Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Frühaufsteher. Mit wem würdest du gern mal einen Tag tauschen wollen? Sebastian Co. Wer ist das? Präsident der Weltplatte der Gewohnheit dazu. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Milch. Meer oder Berge? Meer. Cocktail oder Bier? Wieder noch. Sport gucken oder Sport machen? Sport machen. Welchen? Triathlon. Welche Superkampf hättest du gerne? Fliegen. Mit welchem Promi würdest du gern mal im Fahrspiel stecken bleiben? Heidido. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Selbst gucken oder bestellen? Bestellen. Und wo wird bestellt? Pizzeria. Welcher Song macht dir gute Laune? Ich bin kein Musikmensch. Verkehrs-Audi oder nach Vorschrift fahren? Natürlich nach Vorschrift fahren. Heute schon gelogen? Ja. Dein Handy mit all deinen lebenswichtigen Daten fällt dir runter. Wie ist deine erste Reaktion? Das Handy ist gut geschützt. Ja. Okay, gut. Alles klar. Dankeschön. Ciao.